Aufnahme läuft Okay Abla, 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 Abla Das ist Sparta! Das ist Sparta! Marcel ist behindert! Püff! Oh man, ich hab ihn auch noch Ich will den Trank früher holen Ich will den Trank früher holen sollen, Alter Ab, Sempo Ah, okay, warte, wir wissen den Kreis, ne? Semple 2 Ja Ah Ich bin nicht grad vom Kreis weg Epic Semple Ah Oh, oh, oh Ich kann das nicht, Alter Du musst immer auf mich ablachen, ey, weil das so behindert ist Okay, lass auf die Brücke da Ja, let's go on the bridge Bitch 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 Okay, hier ist auch noch nix, ey, geh weg Nehmen wir alle hinterherrennen, weil sie sich für smoothen wollen, Alter Wenn ich sterbe, dann seid ihr hoffnungslos Ne, so ist es Is a pink pony? Bist du gesteuert? Ja, eventuell ein bisschen Is a pink pony, Alter Ah, warte, warte, hier, hier unten ist, äh Dennis, Nico, Philipp, Marcel, Fanny Hallo! Oh, nein, ich hol die Pistole Kann ich die Pistole haben? Name exposed Ja, warte, warte, warte Aber du lebst nicht, oder? Ja, du lebst noch, oder? Ja Dann kommen wir runter, warte Die Welle kommt, Display, warte Die Welle? Ne, die scheiß Wann Oh mein Gott, warum? Der perfekte Tag, das ist einfach von dir dran So, Leute Leute, wo seid ihr, Leute? Alter, du bist behindert, schau doch auf die Map So! Es ist schwer, eine Costume Series zu machen, wenn alle durcheinander reden Warte, hier mach ich noch ein paar Percussion, Alter Okay Geil! Richtig geil! Ah, das Schild, was ist da runtergefallen? Ah, das Schild, was ist da runtergefallen? Pst, 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 pst pst, 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 pst Pst, 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 pst hallo jetzt kommt er mal mit mir oder seine behindert ich muss das download ich treffe ihn nicht leck mich am arz der ist dorthin der ist dorthin warte hier sind zwei waffen weil sie kein nur shotgun leute lasst gehen der der wird ich absolut nein die kommen nicht gehen ja das was ich mal ein bisschen zurück der ist geht hoch der geht da hoch das ist was das modell was meine fresse deshalb habe ich gesagt dass zurückgeht warte wo ist denn der das ist push lasst pushen scheiß drauf ding ist sowieso ich kann jetzt schon davon ausgehen dass wir doch keinen richtigen püchsample haben weil alles durcheinander gemacht haben ich sag mal so marcel du machst ich kann ihn nicht treffen ich habe einen down ich habe einen down marcel du machst jetzt ein püchsample ich habe ihn down bekommen bevor ich gestorben habe ich habe einen gekillt ich bin dran alter nein oh mein gott ok nico mach du ein püchsample warte nee lass erst jemand anderen ich muss mir was ausdenken was sagst du dann was so okay okay jetzt du philip ich hab jetzt noch keinen gemacht äh nee warte doch eh warte guter sample du hast mich geklaut äh äh ne kopiert nein hab ich nicht doch was wir brauchen doch ein hit sample wie machen wir sowas als ein hilf meister so ein orchester also oder was zum beispiel wenn du ich hab ne idee ich hab ne idee ich hab ne idee jetzt mal alle gleichzeitig bumm sagen okay wie soll wir das machen gleichzeitig was gleichzeitig bumm soll so sagen äh auf der gleichen tonhöhe oder einfach nur irgendwie es wäre besser wenn es die gleiche tonhöhe ist ja dann einigen wir uns auf ein c bumm läuft das ist doch kein c oder ich weiß nicht was ein c ist ich hab irgendwie feist gelaufen du bist auch ein c hey du bist der große c alter machen wir einfach auf drei bumm also eins zwei drei boom 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 oh Ach ist gut. Was ist das? Jetzt brauchen wir Chorus- und Madness Samples Das ist Sparta! Marcel ist gay! Nein, ich bin nicht gay! Fuck you, bitch! Betrujart! 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 Lass uns Betrujart als Madness machen! Betrujart! 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 Salatgurke! Das ist dann meine letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Eine brennt, lol. Wie kann man überhaupt brennen? Du brennst auch, Alter. Im Arsch, weil du so viel gefürzt hast. Du wirst so viel gefürzt, dass dein ganzer Arsch brennt. Ja, das ging mir gestern so. Hahaha! Oh mein Gott, wie viel landen denn hier? Wollt ihr mich verarscht? Warte, Planendung, Planendung. Ah nein, warte, warte! Ah nein, doch nicht! Warte, warte, warte! Lass einfach hier landen! Viel Spaß beim nächsten Video! Bye!